Wenn der toter Schicksal ist Kapitel 7 Am Abend grillen wir und es ist eine lustige Runde. Um ca. 23 Uhr trennen sich unsere Wege. Alle gehen auf ihre Zimmer und schneiden ihre Videos. Auch Wadde. Ich bleibe noch ein bisschen draußen. Ihm habe ich natürlich erzählt, dass ich noch ein bisschen bei der Aussicht runterkommen möchte. Dabei hole ich die vorhin gekauften Sachen, die ich im Keller deponiert habe, nach oben und schalte die Beleuchtung des Pools sowie ein paar Lampen ein, aber nur so viele, sodass es noch ein angenehmes, gemütliches Licht ist. Von der Terrassentür am Pool vorbei bis zum Geländer streue ich ein paar Rosenblätter. Ebenfalls auf dem Pool. Einzelnen stelle ich ein paar Kerzen zwischen die Rosen. Als ich fertig bin, stelle ich mich in die Terrassentür und betrachte mein Werk. Die spärliche Poolbeleuchtung und die Rosen harmonieren schön mit dem beleuchteten Los Angeles im Hintergrund. Doch mein Herzschlag harmoniert nicht mehr so, denn er schlägt mir schon bis zum Hals. Ich fasse an meiner Hosentasche, ob ich alles habe. Erleichtert nicke ich. Dann drehe ich mich um und gehe auf Wallis oder ja, nun ja, eigentlich unser Zimmer zu. Meine Hand nähert sich der Türklinke, doch kurz vorher stoppe ich. Sie zittert und ich atme noch einmal tief durch. Dann drücke ich sie hinunter und betrete den Raum. Walle sitzt im Schneidersitz auf dem Bett. Er schaut hoch, streicht sich die Haare aus dem Gesicht und lächelt mich an. Na, die Aussicht fertig genossen? Ich nicke nur kurz, während ich mir auf meine Unterlippe herumkaue. Ich gehe auf ihn zu, nehme seine Hand und will ihn aus dem Bett ziehen. Doch er schaut mich nur fragend an. Was hast du vor? Komm einfach mal mit, befehle ich verschmitzt und schiebe ihn aus der Tür. Als ich diese schließe, halte ich ihm von hinten die Augen zu. Er wird sie wieder runternehmen und fragt kichernd, was soll das denn? Doch ich halte stand, gebe ihm einen Kuss auf den Hals und sage, lass dich einfach von mir führen. Aber wenn uns jemand sieht, er lacht wie ein kleines 13-jähriges Mädchen, das nicht erwischt werden will. Irgendwie niedlich. Und wenn schon? Antworte ich darauf. Es sollte lockerer und entspannter rüberkommen, als es letzten Endes kam, aber naja. Ich führe ihn der Terrassentür hinaus, sodass er, wenn ich meine Hände herunternehme, die schöne Aussicht sieht. Versprichst du mir, dass du die Augen geschlossen hältst? Frage ich ihn. Joa, antwortet er ganz locker. Du musst, befehle ich geradezu. Ja, sagt er ganz kleinlaut. Ich nehme die Hände herunter und stelle mich vor ihn. Er lässt tatsächlich die Augen geschlossen. Ich knie mich vor ihn hin und krame das Schächtelchen aus meiner Hosentasche. Was machst du denn? fragt er ungeduldig. Warte doch mal, der alte Mann ist nicht so schnell. Er runzelt verwundert die Stirn. Dann nehme ich seine Hand und sage, während ich aufatme. Jetzt kannst du die Augen öffnen. Er schaut auf das beleuchtete A, senkt dann aber seinen Blick zum Pool und letztendlich richtet er seinen Blick verunsichert auf mich. Er fährt sich mit seiner freien Hand durch die Haare. Das macht er immer, wenn er nervös ist und ich weiß, wie er reagieren soll. Dafür kenne ich ihn einfach schon zu lange und zu gut. Er möchte gerade ansetzen, etwas zu sagen, aber ich schüttle den Kopf und drücke seine Hand. Daraufhin schweigt er schlagartig und schaut mich mit großen Augen an. Ich blicke auf den Boden, atme auf und schaue ihm in die Augen. Ich weiß, dass wir noch nicht lange offiziell zusammen sind aus, nun ja, Gründen, aber wir kennen uns schon so lange. Mehr als ein Drittel meines Lebens und fast die Hälfte deines. Ich habe dich so gerne bei mir und kann auch schon gar nicht mehr anders, wie ich jetzt in den zwei Monaten gemerkt habe. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du mich heiraten möchtest. Also, weil, willst du mich heiraten? Er schaut mich mit großen Augen an und sagt kein Wort. Ich beiß vor Aufregen auf meine Unterlippe und öde gefühlt aus allen Poren. Ich weiß, wir haben es noch niemandem gesagt und so ein Papier bringt nicht viel, aber ich finde das irgendwie schöner. Ich weiß auch, dass es keine Ehe ist, sondern nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft, aber es ist ein Papier, das es trotzdem bestätigt, auch wenn ich es ziemlich unfair finde. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber weiter komme ich nicht, denn Wally ist zu mir in die Hocke gegangen und drückt seine Lippen auf meine. Hat er seine Lippen von meinen löst, bin ich total überrumpelt. Und dies drückt wahrscheinlich auch mein Gesichtsausdruck aus. Er lächelt mich an und sagt mit ganz ruhiger Stimme. Du musst mich auch mal zu Wort kommen lassen, du Pappnase. Klar will ich. Was ist das denn für eine Frage? Auch wenn es nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist. Manchmal bist du auch ein Vogel. Wally lacht und seine Augen glänzen. Ich schließe ihn ganz fest in meine Arme und es ertönt Applaus von oben. Bally und ich schauen fast zeitgleich nach oben und dort stehen Simon, Anton und Benni. Sie grinsen alle und rufen Glückwunsch hinab. Bally wird etwas rot und fährt sich verlegen durch die Haare. Ich flüstere ihm ins Ohr. Ich habe es ihnen gesagt, weil sie hätten sowieso mein Vorhaben bemerkt. Ich hoffe es war bzw. ist ihr recht. Er nickt ganz ruhig und Simon ruft. Dann lassen wir euch mal in Ruhe und gehen wieder schlafen. Okay, rufe ich und sie gehen hinein. Ziehe Wally zu mir hoch, stecke uns die Ringe an und ich führe uns zu den Liegen. Dort habe ich ein paar Kissen und eine Wolldecke hingelegt. Dort kuscheln wir uns hinein und ich flüstere in sein Ohr. Ich liebe dich. Er fasst mir in die Wange und streicht die Auf und ab. Ich dich auch, antwortet er, während wir unsere Blicke über das erleuchtete L.A. schweifen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.